hallo youtube und herzlich willkommen zu einem neuen video bei der kenne schon heute mit dem unboxing des fc bayern softball größe an würde man sagen los geht ja wie ihr schon seht habe ich hier die adidas kiste wo normal mein adidas schuhe drin waren ich zeigte euch jetzt mal noch ein softball ja dieser ball gibt es im fc bayern fanshop für zehn euro zu kaufen das ist aber weichen ist für gut für aggression ja aus polyester gemacht und aus da ist folgt noch her noch ein 1 bis 5 ist noch her folgt ein review ja meine erste meinung gut etwas sagen bis zum nächsten mal hallo youtube und herzlich willkommen zu einem neuen video bei der kenne schon jetzt mit einem kurzen hands-on 1 bis 2 der ball der fühlt sich weiß an da dran liegt ups das ist polyester ist hallo youtube und herzlich willkommen zu einem neuen fc bayern video bei der kenne schon heute beim fc bayern ja heute mit einem kurzen diese besteht aus polyester ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal bei